Amazon hat mal wieder ein neues Echo-Spielzeug nach Deutschland gebracht und was das ist, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Das Besondere an der Amazon Wall Clock, sie kommt mit zwölf Zahlen. Außerdem drehen sich im Gegensatz zur Konkurrenz zwei Zeiger ausgehend von einem Punkt in der Mitte. Über einen Sprachbefehl mit einem Echo-Gerät fordert ihr das Verbinden per Bluetooth mit der Wall Clock ein. Habt ihr den kleinen blauen Punkt auf der Rückseite gedrückt, verwandelt sich das daraufhin aufblinkende orangefarbene Licht in ein blaues. Anschließend stellt die Wall Clock sich ganz automatisch ein. Nun müsst ihr die billige Plastikuhr nur noch gegen euer schöneres Modell austauschen und habt nun die Möglichkeit, euch über euren Echo-Timer auch visuell darstellen zu lassen. Musik 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 Ich denke so, ja, Ome, die ganzen Leute, hier können sich schon alle, Alter, schöne Hüten, ja, schönen guten Abend, hallo, ja, ich habe eine Frage, und zwar habe ich bei Ihnen die Amazon Wall Clock bestellt, genau, und ich habe wohl ein defektes Modell, ich konnte jetzt nichts machen, außer die Timer einzustellen vom Echo, das ist alles, ja, also ich habe wirklich nur diese Striche, die geht nicht mehr, nee, also die kann dann auch wirklich gar nichts, das ist enttäuschend, also, das ist jetzt schade, können wir einen kostenlosen Prime Monat oder irgendwie so anbieten, auch nicht machen, nee, gut, dann weiß ich Bescheid, danke.